Bei Wohnfloor gestalten wir Räume, egal ob innen oder außen. Das Projekt, das ich hier vorstellen möchte, ist ein hochwertiger Zubau an ein exklusives Einfamilienhaus. Der Kunde kam mit der Idee zu uns, sein Einfamilienhaus um ein elegantes Poolhaus zu erweitern. Unsere Aufgabe war dabei die Innenarchitektur und Baukoordination bis hin zur Visualisierung und Ausführung. Von der Design- und Materialfindung über Lichtgestaltung, Tischlerarbeiten und Kücheninfrastruktur bis hin zur Möblierung im Innen- und Außenbereich. Ich bin René Bartenbach. Wir arbeiten seit Jahren schon mit Stefan Schwarz zusammen mit der Firma Wohnfloor. Stefan ist von der Beratung her mit seinem Team extrem stark in der Umsetzung beziehungsweise in der ganzen Planungsphase und haben auch viele tolle Projekte auch kürzlich beim Privathaus umgesetzt. Trotz eines sehr engen Zeitrahmens gelang es uns, dem hohen Anspruch an Funktionalität, Design- und Qualität gerecht zu werden. Auch von der Materialauswahl, also wir haben zuerst die Planung gemacht und da war ihnen nichts zu viel, die ganzen Stühle oder beziehungsweise Liegestühle als zum Herrollen, dass man die Materialien sachen kann, dass man die Materialien angriffen kann und er hat uns wirklich alles zur Verfügung gestellt, mehrere verschiedene Stühle, wo wir wirklich anlegen können, auf die Sitze anlegen ist schon fein zum Sitzen. Mit natürlichen Farbharmonien schufen wir eine leichte und elegante Atmosphäre. Im Erdgeschoss gestalteten wir eine großzügige Bar mit Sitzmöglichkeiten für 18 Personen. Hier sorgen ein Natursteinboden und dunkle Holztöne für ein elegantes und zugleich wohnliches Flair. Dafür spielten wir mit edeln Materialien wie kerngeräucherter Eiche, Glas, Schwarzstahl und pulverbeschichtetem Edelstahl. Akzente in Gold- und Messintönen runden den Eindruck ab. Der schwebende Kamin mit offenem Holzlager bringt zusätzlich Wärme. Eine hochwertige Unterhaltungsausstattung mit bestem Sound und kristallklarem Bild lieferte unser Partner Multimedia Fabrik. Im Außenbereich entstand eine exklusive Chill-Oase. Eine Outdoor-Küche mit holzgefeuertem Pizza-Backofen und einer großzügigen Grillstation vervollständigt den Freiluft-Wohnbereich. Zum Abschluss möchte ich noch einmal sagen, dass das ganze Projekt super abgelaufen ist. Die Visualisierung von Stefan, wie wir alles durchgegangen sind. Es war auch wirklich alles so, wie wir ausgemacht haben. Ganz toll ist es, dass wir am Anfang zusammen gesessen haben, zuerst das Projekt durchgesprochen haben. Dann haben wir die ganzen Materialien ausgewählt, haben einen Preis ausgemacht. Wirklich ein sehr gutes, faires Angebot gewesen. Es sind dann auch keine Überraschungen gehabt, dass da und da ein Nachteil, wenn etwas gegeben ist. Sondern wir haben das wirklich so abgewickelt, wie es in unserem Sinne war und wir haben eine riesen Probe mit dem Ganzen. Das neue Poolhaus fügt sich harmonisch an das bestehende Objekt an und stellt gleichzeitig als neues atmosphärisches Highlight eine attraktive Erweiterung des Wohnbereichs dar. So entstand ein außergewöhnliches Referenzprojekt in einem exklusiven und zeitlosen Stil, auf das ich mit Stolz zurückblicke.